Hallo, mein Name ist Dominik Michel, Inhaber der Firma SFC Solution Forecast in Berlin. Wir sind nunmehr seit über vier Jahren Kompetenzzenter von Pandora in Deutschland. Heute haben wir hier einen 453 aus dem Baujahr 2017, einen schönen kleinen Smart. Jetzt werden sich viele fragen, warum Smart? Smart wird lustigerweise zumindest hier bei uns in den Breitengraden sehr oft aufgebrochen. Und da geht es ganz trivial um den Diebstahl der Handtasche. Gerade Cabriolet-Modelle sind extrem betroffen, weil da kann ich wirklich mit der Hand oben zwischen das Cabriolet-Dach reingreifen und bin eigentlich schon im Innenraum. Den Rest mache ich mit einem langen Drahtbügel und mache das Auto auf. Und schon kann so ein Auto auch ganz schnell mal geklaut sein. Wir haben hier eine Pandora Smart Pro V3 inklusive zwei Dashcams, eine nach vorne, eine nach hinten noch installiert und schalten die sogar über die Pandora ein. Das heißt, wenn es jetzt ein paar Krempler gibt beim Auto, schalten wir zwei Dashcams zu, die dann entsprechend das Umfeld vom Auto aufnehmen und man vielleicht die Chance hat, das Kennzeichen von dem, der mir gegen das Auto gefahren ist, zu erkennen. Auch die Pandora Smart Pro V3 lässt sich im Smart super integrieren. Das heißt, wir können über den originalen Autoschlüssel unsere Alarmanlage steuern. Wenn wir unser Fahrzeug verriegeln, kriegen wir einen Quittierungston, der zeigt uns an, unser Alarmsystem ist geschärft. Beim Öffnen haben wir zwei kurze Pieptöne. Ihr wundert euch vielleicht gerade, dass sie so schnell und kurz hintereinander kommen. Vielleicht für euch akustisch sogar nur als Einton beim Öffnen wahrzunehmen. Wir haben hier die Töne ein wenig verkürzt, weil sich die Nachbarn des Kunden darüber aufgeregt haben, dass dieses Chirpen zu laut sei. Also haben wir es ein wenig dezenter versucht zu gestalten. Die Akku-Bluetooth-Sirene in dem Fahrzeug ist natürlich extrem laut, zumindest im Hauptalarmfall. Zeigen wir auch gleich. Schmettert schon ganz schön, gerade weil ja unheimlich viel Kunststoff in dem Fahrzeug verbaut ist, können wir super den Schall nach außen tragen. Ansonsten haben wir einen separaten Magnetkontakt gesetzt für die Motorhaube. Die wird ja werkseitig nicht entsprechend, wie soll ich sagen, überwacht. Und insofern haben wir das natürlich mit in die Alarmschleife mit reingenommen, sodass es auch entsprechend im Vorderraum mit abgesichert ist. Wie ihr später noch in den Car-Porn-Bildern sehen werdet, hat der Smart 453 echt riesengroße Felgen, zumindest für dieses kleine Auto drauf. Und das war natürlich unserem Kunden auch sehr wichtig, dass wir die mit absichern. Dementsprechend bietet sich da natürlich die Smart Pro V3 an. Sie hat ja einen integrierten zweistufigen Schocksensor. Wir haben die Überwachung der Türen und Klappen. Wir haben einen Beschleunigungssensor, wenn das Auto hochgehoben wird. Oder einen Neigungssensor. Und das ist ja gerade der typische Fall Felgendiebstahl, auch beim Smart. Und um euch das mal zu zeigen, schalten wir jetzt die Alarmanlage scharf. Die Alarmanlage schaut jetzt nochmal auf den Datenbus. Sind wirklich alle Türen geschlossen? Ist irgendein Sensor, irgendeine Klappe noch getriggert? Wenn das alles entsprechend so ist, wie es sein soll, schaltet sie in die endgültige Überwachung. Und wenn wir jetzt anfangen, das Auto hochzupumpen, haut er uns gleich den Alarm raus. Ich drücke den mal weg. Wie ihr aber seht, hat der Reifen noch nicht mal den Boden verlassen. Das heißt, der Dieb kann ja, selbst wenn er jetzt schon im Vorfeld die Radbolzen gelöst hätte, gar nicht die Felge abbauen. Weil dazu muss einfach mal wirklich die Felge bzw. der Reifen den Boden verlassen haben, um sie logischerweise auch von der Achse runternehmen zu können. Neben der genannten Absicherung installieren wir auch bei diesem Fahrzeug ein Glasbruchssensor, wenn wirklich mal die Scheibe eingeschlagen werden sollte. Das heißt also unterm Strich, wir haben eine Rundumabsicherung, selbst bei solchen kleinen Fahrzeugen. Das Fahrzeug hier speziell hat ein sogenanntes Panoramadach aus Kunststoff. Auch das ist natürlich relativ leicht einzuschlagen. Insofern bietet sich hier natürlich der Glasbruchssensor an. Wenn wir mal ein bisschen detaillierter auf die App eingehen wollen. Ja, es ist die alte App entsprechend, aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass sie noch trotzdem super funktioniert. Wir können unser Tankvolumen auslesen. Wir sehen den Status vom Fahrzeug, ob das Fahrzeug geöffnet oder geschlossen ist. Auch das erfolgt relativ zeitnah. Ihr habt zum Hintergrund gehört, wann wir geschärft haben. Jetzt öffnen wir wieder. Und ihr seht, wie schnell diese Übertragung davon starten geht. Wohlgemerkt, alles über das LTE bzw. über das GSM-Netz. Wir sehen entsprechend die Batteriespannung am Auto. Wir sehen eine Innenraumtemperatur. Außentemperatur und Motorraumtemperatur wird uns nicht übertragen. Ich persönlich finde es eine sehr schöne Geschichte. Wir können das Fahrzeug über die App öffnen und schließen. Es spielt für die Alarmanlage keine Rolle, inwiefern wir hier unser Fahrzeug bedienen. Dann haben wir noch eine schöne GPS-Ortung. Auch hier greift er entsprechend wunderschön auf die Standortposition des Fahrzeugs zurück. Ihr seht, das Auto steht bei uns in der Halle. Also das ist trotz Stahlbetonbau, den wir über uns haben, echt eine verdammt gute Positionierung. Wir können hier an der Stelle mit dem GPS-System und GLONASS gleichermaßen zusammenarbeiten. GPS ist ja das amerikanische System. GLONASS das russisch aufgebaute. Aber es funktioniert beides super. Dementsprechend haben wir natürlich eine Vielzahl von Satelliten über uns, die wir entsprechend auswerten können. Der Anrufalarm auf drei verschiedene Telefonnummern ist standardmäßig. Ihr kennt es aus unseren anderen Videos. Das heißt, egal wie der Dieb sich dem Fahrzeug habhaft machen möchte, ich werde immer benachrichtigt. Sei es als Push-Nachricht in der App, sei es der Anruf. Wenn ich möchte, auch gerne noch per SMS hinterher. Und das auf drei verschiedenen Telefonnummern ist schon eine tolle Sache. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch eine Wegfahrsperre in diesem Fahrzeug installiert, damit das Auto auch bei uns bleibt. Wenn also die Alarmanlage scharf geschaltet ist, kann ich selbst mit meinem originalen Autoschlüssel das Fahrzeug nicht starten. Ist technisch nicht machbar, weil wir entsprechende Technik ins Auto einbringen. Seht es mir bitte nach, wenn wir nicht im Detail erklären, wie wir das machen. Oder auch unsere Handelspartner. Wir haben ja etlich viele Händlerkollegen, die auch sehr gewissenhaft Pandora einbauen können. Und insofern würde ich euch auch gerne den Andreas Ehrenhuber in München ans Herz legen von der Firma Semtex. Oder meinetwegen auch mal in Kai Stüven in Hamburg. Ja, kleines Auto, kurzes Video. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar schöne Carporn-Bilder von dem Auto. Der ist ja nun wirklich komplett in schwarz gehalten. Genießt es. Ansonsten bleibt gesund. Euer Dominik. Bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017